Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei WarCrewPCGamesTV bei einer neuen Folge von Let's Play GTA IV von Jacob Niko ruft mich an und Nicole aus, bei mir und Batman gibt es gewöhnlich immer was zu tun. Easy little Jacob. Das fängt ja schon mal gut an, es regnet. Dann würde ich sagen, ich sehe hier irgendwo ein Taxi hier. Er hört Tupac hier. Das fängt ja schon mal an. Melo, wir hoffen. Hey Niko, du tired of Manny yet? Ich habe Angst, als ich ihn gesehen habe. Ich habe jemanden, der könnte etwas für dich sein. Elisabetta Torres. Sie hat ein Abonnement auf San Quinten und Vorzeit. Baby Niko. Ja, ich weiß natürlich schon wo das ist. Dann müssen wir auch nicht so weit fahren. So. Ich schalte wieder das Mikro ab, weil das dein Ton besser ist. Also. Bis gleich. So I said if that's the way you want it, amigo, then that's what you're gonna get. And that's your humor. Fuckin' punk. Oh, hey. Hey, how's it going? Hey, wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Niko, Roman's cousin. And Niko, this is Elisabetta. She's an old friend. She'll give you some work. Okay, thank you, mom. Hi. So, tough guy. You know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows. To oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. Oh. True. Hey, Niko, this is Patrick. Paki McCreary. All right. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't in good consciousness help him unless he's got some extra insurance. You. Then that's why you're the best, darling. Ah, maybe. All right, tough guy. Let's do this. Sure. See you later, Niko. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. Buena suerte. So, he seems okay. No, he's totally cool. Yeah, he's like gambling. Where are we going? I got this meeting over on Joylet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Yeah, he's trust his body. That's what a lot of people do. We should have given us some buildings in South Bohan. Begeben. Komm schon wieder weg. Danke. Ja, es lackt leider immer noch, aber ich hoffe in der nächsten Folge ist es dann geworden. Aber bei dieser Mission ist das eh nicht so wichtig, ob es lackt. Das werdet ihr gleich noch feststellen. Geh auf das Dach und holt ihr das Präzisionsgewehr. Leider, leider sind das so Stellen, dafür hasse ich Rockstar, dass man an dieser Trip hochrennen muss. Ich meine, dauert zwar auch nicht so lange, aber wenn man noch nicht so mit der Steuerung vertraut ist, dauert das schon relativ lange. Geh zum Aussichtspunkt. Das machen wir doch glatt. Und da kommt Peggy. Läublehnens an den Moment. 19. Neun, 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 neun. Weine, neun. Neun, neun. Neun, neun, neun. Däun, neun, neun, neun. Und da geht es schon los, da zieht er schon die Waffe ab. Nein, mal schauen wir mal. Ah, Mist. Ganz ruhig. Shit, Pekki. Okay, Pekki hat keine Schwierigkeiten. Moment. Was, der lebt noch. Tja. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Und Nummer vier. Fertig auch so gleich oder irgendwie so. Das ist man alle, ne? Ja, ich glaube, das waren alle. Sogar Pekis Partner hat überlebt. Wow. Und ja, wir wollen gern speichern. Ja, leider, leider müssen wir jetzt wieder alles runterrinden. Jetzt. Ja, und ich wollte mich dann hier auch schon mal verabschieden. Wir sammeln jetzt noch die Munition ein. Das war es dann auch schon bei der Folge. Wir können es auch schon wechseln. Ja, der vorige Part war ja nur ein Walkthrough. Das war, da gab es irgendein Problem mit der Stimme. Ich weiß nicht. Jedenfalls, das war mir zu viel Stress. Dann habe ich dann Walkthrough alt gemacht. Ich werde auch weiter noch Walkthroughs machen. Nicht nur Let's Plays. Gut. SMS bekommen wir dann noch von Brucey. Die werden wir noch lesen. Und dann war es das auch. Die Munition hier noch. Ach, egal. Habe über dein heißes Date aus der Liberty Tree-Seite-Webzeit gelesen. Alter, da hieß es, die See ist echt alt aus. Du musst was tun. Ich lasse mir die ganze Zeit spritzen. Es muss in die Beine sein, gut auszusehen. Brucey. Gut, das war es dann auch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal.